Hallo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu meinem Kanal AlexPro920TV Und heute haben wir einen speziellen Gast namens Niklas Hi Leute Ich bin wieder da, mache wieder mal ein Rap, keiner von euch, der mich bremst Ich bin Niklas und ich spiel den Beat, deine Schwester ist in mich verliebt Kann ich mich kurz vorstellen? Ja, ich heiße Niklas, ich bin elf Jahre alt, werde in 2 Jahren zwölf und ich bin Mitglied für der VDSCS-Armee Wofür steht VDSCS, der Name eurer Gruppe? Also VDSCS steht für von der Straße im Studio Also die Kinder, die so lernen, weil z.B. rappen, sind ja von der Straße so und die müssen dann so ins Studio, also können dann ins Studio kommen Ah, ok, cool Wie viele Leute sind in VDSCS? Also jetzt, wenn ich weiß, so 1200, 300, ich weiß es nicht, ungefähr Also ungefähr 1300 Aber wie kommen sie rein, wie kommen wir rein? Also VDSCS hat ja so eine, gut, Anikel-Fan und ähm, da gibt es immer so Aufrufe, ja man kann sich da anmelden Und die Kinder sehen es dann, also es gibt jetzt 2000, äh ne, 200, 1000 irgendeine Abonnenten haben die ja Und die sehen es dann und dann melden sich alle einfach alle an Und wie viele Videos hast du gedreht? Fünf Stück Und wie war's? Also war sehr cool, man hat, man hat so sehr gefreut für anderen Leuten sowas zu drehen Und ja Und ähm, was war der letzte Song, den ihr gesehen habt? Also da hieß, äh, leg mein Leib Und ähm, da hat man sowas über Leute geredet, über VDSCS haben wir da gesprochen Ah ja, wie ihr so ihr Leben lebt Ja Du gehst doch noch in die Schule und wie schaffst du es dann noch ein Lied zu drehen? Wie schaffst du es zusammenzubringen? Ja Also das ist eigentlich voll easy, weil Schule geht da vor Und VDSCS ist ja nur so, so manche Produkte, äh, manche Projekte, zum Beispiel Wochenende oder so Also manchmal die Ferien macht Also ihr dreht nur am Wochenende? Ja, oder Ferien Okay Was sind noch deine Pläne für die Zukunft? Also meine Pläne für die Zukunft, also für meine persönliche Zukunft ist, Totspieler zu werden Also zum Beispiel so wie Edwin Johnson und Till Schweiger, so im YouTube, so Kino Netflix Und ja, und für VDSCS möchte ich so so Solo-Song machen Dass du da warst, hast du eigentlich noch was zu sagen? Ja, also folgt mir auf Instagram, heißt sich Niklas unterstrich VDSCS67 Und ja, das war eigentlich alles Tschüss Ciao Und Niklas auf Instagram Niklas unterstrich VDSCS67 Und Romainer YouTube AlexProy920TV Ja 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 In